Die Internationale Team Gym Cup in Dornbirn. Wir begrüßen im Namen des Turnsportzentrums Dornbirn alle neu hinzugekommenen Zuschauer, alle deren Herzen für den Turnsport schlagen. In dem Namen des Turnsportzentrums Dornbirn, wir möchten die Zuschauer und alle, die Team Gym lieben. Wir wünschen die Herausforderungen des Turnsportzentrums und spektakuläre Leistungen auf Tumbling und Trampet. Ganz besonders begrüßen wir natürlich die Sportlerinnen und Sportler, heute aus Slowenien, Estland, Italien, Deutschland und Österreich. Die einzelnen Teams möchten wir Ihnen kurz vorstellen. Wir wünschen die Mitglieder dieser Konpetition. von Estonia, SC Trefeuil. von Italy, Team Roma, Team Gym Fisak. aus Slowenien. und aus Österreich. TSV Montse. An einer Turnverein. An einer Turnverein. Turnerschaft Höchst. Und Turnerschaft Lusten Aurenenz. Der Wettkampf kann gleich beginnen. Wir wünschen allen Teams einen verletzungsfreien, fairen und erfolgreichen Wettkampf. Wir wünschen allen eine konkurrenten und konkurrenten Kompetitionen. Dankeschön. Wir wünschen allen dir. Wir wünschen allen einen Haar, wir wünschen allen und schöne klingeln. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt, untertitelt Musik 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 Das war's für heute. Applaus 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 Applaus